26 Kann ich nochmal Hütten bauen gerade? Tatsache Äh, wie meiste denn? Hier müsste ich eigentlich freilassen, dass unsere Jungs da später noch durchkommen Ich könnte hier vielleicht nochmal bauen Aber das ist halt echt saugefährlich mit dem Village of Doom da unten, ne? Das ist... Ah, halt Oh, wech Oh, Mann Oh, Mann, oh, Mann Kann ich jetzt da überhaupt eine Query reinstellen, wenn hier die Häuser sind? Ich glaube nicht, ne? Sieh mal gleich Ne, Blocking Free Axis Oh, Mann, und das wären sogar Plus 5 gewesen da oben Ähm, ja Aber jetzt deswegen zwei so Hütten abzureißen, ganz ehrlich Ne, möchte ich nicht Dann gehen wir lieber hier unten drauf Dann haben wir da vier Steine Und kaum noch da Super Ich trau mich da jetzt nicht allzu weit weg Äh, nein Es fehlt nochmal Holz Geht mir Holz Achso, da unten muss ich auch zumachen Stimmt Warte Wobei 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 Kann ich einen Turm bauen? Geht das gerade? Nein, es geht nicht, mir fehlt Holz Das ist halt jetzt so eine perfekte Stelle für So wat da Und dann kannst du hier immer noch diesen da machen Also das ist super Äh, Steinbruch steht und sammelt Halt, nein, da wollte ich nicht hin Da wollte ich hin Äh, da, 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 da Dann können wir nämlich hier zumachen Ist jetzt da noch eine Lücke oder nicht? Hier an der Stelle Das sieht irgendwie offen aus, ne? So, warte mal Ich muss mal auf dem anderen Monitor gerade Das Aufnahmeprogramm groß machen So Wähle eine freie Baufläche Ne, also Das ist scheinbar schon der Kakteenwald Oje, die Viecher wandern und kommen näher Ich will nicht, ich will nicht Ich will nicht Was brauchen wir denn? Zehn Arbeiter und 40 Holz Nein, wir brauchen nochmal Hütten Und ich kann keine Hütten bauen Weil wir keine Nahrung haben Das ist super Blöd Boah, das ist echt voll blöd Blöd hier gerade Und gefährlich So, warte Was brauche ich jetzt alles für eine Schreinerei? Zehn Arbeiter Nur zehn Arbeiter Uns fehlt einer Uns fehlt gerade ein Arbeiter Okay Okay, okay Warte Äh 40 Holz, Energie 10, 500 Gold Ich bin gerade am überlegen Schalten wir irgendwas ab Du produzierst 30 Energie Nee, brauchbar Wir könnten die Query kurzzeitig pausieren Brauchte man für Ballistas Steine? Nee, ne Oh, die Frage aller Fragen Wohin mit dem Ding? Kann nicht so nah an einer Ölquelle gebaut werden? Wissen wir Da unten Passt sie auch nicht rein Da will ich sie nicht hinstellen Da will ich sie eigentlich auch nicht hinstellen Oh Gott Hoffentlich ist das die richtige Entscheidung Ich weiß es nicht 30 Holz Komm, gib mir nochmal Holz Dann bauen wir die erste Farm Bis das Ding fertig ist Damit wir nochmal irgendwo eine Hütte platzieren können Dann hätten wir nämlich genügend Um die Query wieder in Betrieb zu nehmen Okay, warte, gleich haben wir es Okay 48 50 28 30 Wenn ich sage hier 40 24 24 Macht 64 Dann bekommst du da mehr raus Ich gehe da erstmal auf eine 50er Farm für den Anfang Ich glaube, das reicht vorerst Da unten kommen sie immer näher Das ist scheiße Das ist echt scheiße Oh, ne Ballista Können die diese Schreinerei nicht schneller hochziehen Menschenskinder Wenn die uns hier angreifen Bevor wir eine Ballista aufbauen können Dann ist es vorbei Dann ist es definitiv vorbei Weil wenn das Village getriggert wird Dann, äh, ja Ach, Gott sei Dank Ballista So, äh Der steht noch nicht Oh mein Gott, nein, da kommt einer Da kommen zwei Nein Nein Bleib stehen Mach Sitz Sitz Oha, der soll dort weg Sitz Was ich jetzt mache Ist total verrückt Lebensmüde Und sollte man definitiv nicht nachmachen Wir lassen den jetzt rankommen Okay So nah wie möglich rankommen lassen Dadurch ist die Chance höher Dass, äh, das Village nicht getriggert wird Mit Sicherheit weiß ich es natürlich nicht Aber gut So, äh Sollen wir da nochmal Da können wir eigentlich nochmal so eine Reihe reinziehen Dann können wir den einschalten, sobald die fertig sind Boah, das ist, das ist furchtbar Aber wenigstens haben wir jetzt dann Ballistas ohne Ja, da oben kommt jetzt auch einer Ja, gut, wir haben Zeit Jetzt kommen sie zu zweit Ich hoffe, das ist jetzt eine gute Idee Den dort zu killen Oh, wir können sogar eine bauen Ja, Mann Der damit ist Okay, warte Da ziehen wir gleich Fett Mauern drumrum Ah, da geht's nicht Nein, kein Holz Töte den, töte den Klar, der muss jetzt speichern Wo es gerade so spannend wird Oh Gott Halt, 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 halt Äh Setzen wir den gleich hier hin Und dann haben wir Wir haben kein Gold Was? Bess? Bess? Okay, auf jeden Fall den Soldaten mal da hoch Weil Wir werden hier jetzt dann definitiv das Village of Doom triggern Da bin ich mir tausendprozentig sicher Und dann ist es im Endeffekt Wurscht, ob der Soldat da steht Und mit seinem Gewehr Krach macht Denn im Endeffekt Achso, die Viecher da oben Äh, okay, pass auf Schicke ich ganz kurz da hoch Dass die aufgehalten werden Ja, jetzt kommt da unten Ja, genau Ja, kann ich hier nicht Ich will doppelt der Mauern Ja, da reicht's nicht Dafür, dafür da oben reicht's einfach nicht Furchtbar Komm, 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 komm Boah, endlich die Ballista steht Kann ich da gleich nicht Ah nee, wir haben ja eh nicht die Ressourcen dafür gerade So, jetzt Kaserne Wir brauchen mehr Arbeiter Wir brauchen mehr Holz Wir brauchen mehr Gold Wir brauchen grundsätzlich wieder mehr von allem Das kennst du ja Äh, wir können hier unten theoretisch noch ein bisschen zubauen Wieso Da kann man noch was reinsetzen Kann ich hier auch noch ein Gebäude Nee, kann ich nicht Okay Äh, wo setze ich dann da die zweite Ballista Theoretisch da vorne rein Oh, das wird jetzt blöd vom Platz her Äh, das ist nicht so gut Okay Nee, falscher Knopf Falscher Knopf Da will ich hingehen Genau, wir brauchen mehr Gold Normalerweise wäre es ja sinnvoll, wenn du so früh im Spiel Also so früh wie möglich im Spiel Auf den Bau von der Kaserne gehst Damit du Einheiten ausbilden kannst Und das willst du eigentlich als allererstes haben Aber hier auf Map 4 Auf Map 4 musst du wirklich eine Ausnahme machen Also zumindest in so einer Situation Und schauen, dass du zuerst auf Ballistas gehst Und das ist ja ganz ehrlich Oh, geil Wir können endlich dieses Ding bauen Wo stelle ich es hin? Klassische Frage Wo stellen wir es hin? Wir stellen Eigentlich Ich kann nicht anders Ich muss es da oben hinstellen Wir haben sonst keinen Platz mehr Was wir jetzt allerdings auch machen können Ist Ja, okay Wir können es doch nicht machen Aber gut Wenn wir jetzt dann weitere Soldaten ausbilden können Ist es ja kein Thema mehr So, pass mal auf Die da Reißen wir mal weg Dass die den nicht erwischt Da oben Das ist mir schon ein Rätsel Dafür kommen sie hier nicht wirklich Tag 7 Und die Reichweite Genügt der Ballista nicht Okay Ja Gut Wenn sie meinen Äh, nächste Forschung Wir gehen vielleicht gleich mal auf Hütten Ist vielleicht gerade mal tatsächlich sinnvoller Wir können momentan nicht viele neue Zelte bauen Das heißt, das was wir haben Sollten wir irgendwie upgraden Nach Möglichkeit Und Strom brauchen wir dann auch wieder Jetzt schaue ich aber erstmal Dass wir an Einheiten rankommen Beziehungsweise Dass wir hier mal Zubauen können Okay Da ist endlich dicht Wow Einbuchenschütze Was brauchen wir für die alle? Gold vor allen Dingen Okay Den Rest hätten wir ja Ja Nettes kleines Lager Erinnert ein bisschen an Äh Asterix und Obelix Ich versteh's nicht Ich versteh's ehrlich gesagt Nicht so richtig Wie kann es sein Schau mal Die Ballista tötet hier in dem Bereich Vorne schon Zombies Ja Hier Da Warum triggert das Dieses Village nicht? Das versteh ich nicht Das ist doch sonst auch immer passiert Oder haben sie das vielleicht gepatcht? Waren die Entwickler tatsächlich so Frank und frei Das zu patchen? Kann ja sein Weiß ich nicht So Ah Jetzt fehlt uns da wieder der Strom Strom Und für Strom brauchen wir Gold Es will mehr Gold So Wo stelle ich den wieder hin? Den Hampelmann Kann ich hier nirgendwo hinstellen Wir könnten den da reinsetzen Ich meine die Grünfläche Die Die verwenden wir sowieso nicht mehr Äh Ja gut Wie machen wir's denn? Wir sollten jetzt anfangen Irgendwie aufzuräumen Schicken wir die mal da hoch Das nächste was wir jetzt wollen Sind Steine Also noch mehr Steine Ja Und Eisen Oder wäre vielleicht die Gegend Nicht verkehrt Ne Oh More Orders Am I going Arrows?